Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zur Einführung in das Mindmapping. Ich möchte dir hier zeigen, was überhaupt Mindmaps sind, wie man Mindmaps erzeugt und wie man auch einen Mindmap lesen kann. Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es im Zusammenhang mit Mindmaps und wie natürlich auch das Lernen mit Mindmaps besonders erfolgreich gestaltet werden kann. Und last but not least, wie kann man mit dem Computer, mit bestimmter Mindmapping-Software, auch kostenloser Mindmapping-Software, auf sehr einfache Art und Weise solche Mindmaps erzeugen. Nun mal am Anfang natürlich zur Entstehung von Mindmaps. Sie wurden erstmals entwickelt von Tony Poussin in den 1970er Jahren und von dort aus hat sich dieses Mindmapping dann als sehr erfolgreich erwiesen. Immer mehr Menschen in der ganzen Welt setzen Mindmapping ein. Und das hängt sicherlich zusammen mit dem gehirngerechten Lernen, denn Mindmapping soll ermöglichen, zu lernen in einer Weise, wie es das Gehirn auch in seiner Arbeitsweise her, von seiner Arbeitsweise her macht. Das Gehirn zeichnet sich aus durch eine vernetzte Arbeitsweise. Das Denken ist hier nicht linear, man kann das vielleicht am besten damit erklären, indem man auf Bücher verweist. Wenn man ein Buch liest, dann liest man in der Regel erst von vorne nach hinten. Linear, das heißt der Reihe nach. Und beim Denken schaut das aber anders aus. Wenn ich mir eine Frage stelle, bringe ich aus verschiedenen Bereichen, die ich in meinem Leben erlebt habe, verschiedene Gedanken, die ich da entwickelt habe, bringe ich da zu dieser Frage dann in Verbindung. Und ich muss nicht mehr all meine Erinnerungen und mein Wissen der Reihe nach dann abrufen. Das heißt, unserem Denken entspricht das Mindmapping. Beziehungsweise das Mindmapping entspricht unserem Denken. Man kann Mindmaps darstellen als Netzwerk von Ideen und Themen. Wenn du diesen Mindmap hier betrachtest, dann siehst du auch, dass es von der Mitte her dann mehrere Linien gibt. Man könnte das als auch ein Netzwerk betrachten. Und von dieser zentralen Frage aus, diesem Hauptthema aus, in dem Fall hier, was sind Mindmaps, werden dann verschiedene Hinweise in dieser Mindmap eingetragen. Diese visuelle Darstellung als Netzwerk mit den unterschiedlichen Feldern, mit den unterschiedlichen Themen, mit den unterschiedlichen Knoten, ermöglicht uns eine einprägsame Darstellung von Wissen. Wir können dieses Wissen, das wir hier mit Mindmaps festhalten, leichter aus dem Gedächtnis abrufen. Darüber hinaus macht Mindmapping natürlich auch Spaß. Und damit in Verbindung steht natürlich dann der Hinweis, dass es hier kreative Möglichkeiten gibt, Mindmaps zu gestalten. Wir haben die Möglichkeit, diese Begriffe unterschiedlich anzuordnen, unterschiedliche Farben zu verwenden. Und das macht natürlich Spaß. Wenn wir zum Aufbau einer Mindmap kommen, dann kann man hier den Vergleich mit einem Baum sehr gut anbringen. Die Mindmap, wenn man sie mit einem Baum vergleicht, könnte man sagen, dass der Hauptbegriff hier in der Mitte einem Baumstamm entspricht. Und diesen Hauptbegriff nennt man auch das Hauptthema. Und von diesem Baumstamm, von diesem Hauptthema aus, verzweigen sich dann alle Zweige dieser Mindmap. Und diese Äste haben dann unterschiedliche Bedeutungen. Nämlich insofern, dass diese Äste dann in verschiedene Zweige münden. Das heißt, hier haben wir hier dann die Äste. Das sind die Oberbegriffe, wie hier zum Beispiel ein gerechtes Lernen oder Vergleich mit einem Baum. Oder zum Beispiel hierarchischer Aufbau hier herüben. Oder Lesen von Mindmaps. Und daran anschließend gibt es dann verschiedene Unterbegriffe, verschiedene Zweige. Und diese Zweige kann man dann, wenn man sie weitergeht, das Bild weiterspinnt, kann man dann zu den Blättern kommen, gewissermaßen. Das sind dann die Schlüsselbegriffe oder auch Schlüsselbilde, könnte man hier einfügen. Wenn man sich das anschaut, dann kann man hier sagen, dass diese Frage noch sehr allgemein ist. Und wenn man weiter dann in diesem Astern voranstößt, das heißt immer weiter diese Zweige nachgeht, dann wird man erkennen, dass es immer detaillierteres Wissen ist, was in diesem Mindmap festgehalten wird. Wenn ich also nur einen Überblick von einem Thema bekommen möchte, dann schaue ich mir das Hauptthema an. Und nur hier diese Oberbegriffe. Darüber hinaus kann natürlich auch beim Vergleich mit einem Baum gesagt werden, dass wir ein Wachstum haben. Das heißt, diese Mindmaps können sich verändern, wie auch jeder Baum sich verändert. Sie können erweitert werden und haben dementsprechend eine offene Struktur. Es ist nicht von vornherein klar, welches Aussehen diese Mindmaps haben werden. Wenn du eine Mindmap erstellst, dann kann sie ein bestimmtes Aussehen haben. Und wenn jemand anderer zum selben Thema eine Mindmap erstellt, dann wird diese Person, dieser Mensch, dann zum selben Thema eine Mindmap machen. Sie wird aber unter Umständen ganz anders aussehen, weil dieser Mensch auch anders denkt. Diese Denkweise drückt sich dann auch aus in diesen Mindmaps. Kommen wir zum hierarchischen Aufbau. Diese Begriffe, die wir einbauen, haben unterschiedliche Bedeutungen. Eine größere Bedeutung könnte man sagen, hat die größte Bedeutung, hat hier das Hauptthema. Dann kommen hier die Oberbegriffe, wie hier gehirngerechtes Lernen. Und sie geben dann gewissermaßen einen Oberbegriff ab für die weiteren Begriffe. Das heißt, zu hirngerechtem Lernen bringt man zum Beispiel in Verbindung vernetzte Arbeitsweise. Bringt man Mindmaps als Netzwerk zum Beispiel in Verbindung. Das heißt, je weiter man sich dem Zentrum hier nähert, umso wichtiger sind diese Begriffe, weil sie für andere Begriffe einen Oberbegriff darstellen. Dann zeichnen sich Mindmaps dadurch aus, dass sie Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen und Begriffen darstellen. Das heißt, gehirngerechtes Lernen hängt hier zusammen mit dem Hauptthema. Und über den Verweis dann auf weitere dieser, in dem Fall hier Wolken oder diese weiteren Bereiche der Mindmaps sieht man, dass auch der hierarchische Aufbau einer Mindmap mit dem gehirngerechten Lernen zusammenhängt. Das heißt, alles, was hier in der Mindmap festgehalten ist, hängt zusammen. Und dieses Zusammenhängen wird dadurch ausgedrückt, dass alle dann mit Linien, dann mit dem Hauptthema, dann letztlich verbunden sind. Wie kann man solche Mindmaps lesen? Man liest sie in den meisten Fällen, also nicht immer, aber in den meisten Fällen im Uhrzeigersinn. Das heißt, man fängt hier oben an und geht sie dann der Reihe nach durch. Man kann Mindmaps natürlich dann auch so anordnen, dass man da die ersten wichtigen Begriffe infügt, da die nächsten und so weiter. Aber es hat sich an und für sich so ergeben, dass man die meisten Mindmappe so macht, dass es praktisch im Uhrzeigersinn dann ihre Begriffe anordnet. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man diesen durchnummeriert, hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dadurch dann sich besser in dieser Mindmap dann zurechtfindet. Ja, jetzt haben wir euch, glaube ich, einen ersten Einblick gegeben, was man überhaupt unter Mindmap versteht. Als nächstes geht es dann darum, euch zu zeigen, wie man solche Mindmaps auch dann tatsächlich erzeugt. auch ein paar Jahre. Ja, dieses Einblick. Ja. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020